Mandant, rinke her! Was treibt ihr an unserer heiligen Städte, Lichtkrieger? Wir wurden gesandt, die heilige Flamme von Agna zu suchen. Jene, welche die Schamanen befähigt, Schatten zu sehen. Aber wir fanden nur diese Spinnen. Spinnen. Wie viele von euch sind noch hier? Unser Basislager ist im Nordosten. Aber sie haben uns aufgegeben und die Tore geschlossen. Einige haben sich noch auf die Felssäulen gerettet, als die Spinnen kamen. Hört ihr? Die Spinnen! Sie werden wiederkommen! Bald! Die Grabwächter greifen alles an, was lebt. El-Chatter, wir müssen eine Verteidigung errichten. Sprecht mit Sorak. Nur er weiß, wie die Spinnen zu endigen sind.